Ahoi Leute und willkommen zurück zum nächsten Part von Borderlands. Wir sind gerade in Rust Comments West und auf dem Weg nach... Auf dem Weg? Auf dem Weg nach Treacher's Landing. Ne, dem war schon ganz richtig. Um es kurz zu sagen, wie der Hessler es sagen würde, dem sein Weg wird kein leichter sein. Dem sein Weg wird schwierig und schwer, genau. Aber hessen sagen immer dem seins. Wem seins ist das? Dem hessen seins. Ja, und wir Bayern benutzen einfach den falschen Imperativ. Ja, die Bayern. Ja, wir Bayern. Ja, wir Bayern. Also, ne, auf uns grätzt. Ich kenne auch auch ganz so gut. Auch ganz so gut, das ist auch schönsteuer, gell. Das ist so richtig schön. Ich fühle das jetzt nicht weiter aus, das geht zu weit. So, der Katze ist auch nur ein... ... so ziemlich kleines Gebiet. Das heißt, dürfen wir in diesem Fall auch schaffen. Okay. Dieser kleine Piste. Ich halte Erscher. Danke. Du, mehr, Freudi, ja, Freubier. Freie, ja. Freubier ist immer gut, ob ich kein Bier trinke. Also, trinkst du Bier. Wir auf dem Jahr trinkst du Bier. Wie auf dem Jahr trinkst du Bier Freddy. Letztes Jahr hab ich dir getrunken. Auf der Allianz Party. wir haben das dann noch richtig ist es gegeben wir haben hier hast du dir ich hier ist gegeben und ich mir auch etwas richtig dass sie geben oder so flasche mein Fusel Gott schmeckt er gut Kassel ist nach hoher Katzenfüße die Fische weiter und wieder mit sich wiederbelehen kann dann haben Alkohol Fusel ich kenne noch mehr Fusel und ich guck mal kurz ja machen wir dann nennen ein How to Drink Apfelsaft Stream ja das hat man definitiv mal drauf und übrigens wenn das mit der neuen Wohnung klappt also die wir uns heute heute angeschaut haben dann stream ich auch demnächst ein Kammerabend Wohnung ziemlich geil ist also ziemlich verschafft gefällt mir auf sämtlichen sozialen Plattformen aber auch so keiner wo du keine benutzt nein du bist nicht mal YouTube bin auch nicht Twitch Kishi du benutzt nichts hä was? du brauchst keine sozialen Plattform mehr naja stimmt ich benutze wirklich kaum welche noch was das mit Skype das ist keine soziale Plattform Facebook kann ich gar nicht mehr nutzen möchte ich gar nicht mehr nutzen kann ich gar nicht nutzen hab ich abgemeldet Tumblr benutze ich einfach nicht mehr ich hab nicht mehr ne Ahnung was ist Tumblr ist von mir keine soziale Plattform oder ist er so ne so ne anti soziale Plattform ne Instagram aber auch nein Instagram ist nicht anti soziale Instagram ist ich mach mal eben Werbung ja oh Alkohol ich lass mich besser ach ja und nochmal zum Thema äh Instagram und Facebook äh Instagram und Tumblr warum Instagram so famous ist weil Instagram auch eine eigene Bildbearbeitung mit drin hat automatisch so ne kleine sie ist nicht gut ich sag das nicht aber sie hat eine drin und Tumblr nicht weil Tumblr müsstest du die Bilder selber bearbeiten ja äh Insta ist einfach scheiße ehrlich gesagt im Vergleich wenn man sich mit Tumblr auskennt ist Insta richtig scheiße oder man kennt sich einfach mit beidem nicht aus ja ich kenn mich halt mit Insta nicht aus und bin auch ganz froh drum ich würd mir nie Insta holen EY AUS DA VÖGEL FRESSE warum sagt ihr Insta ich hasse das Gott Alisa Räubermann die fickt uns gerade welcher Mensch sagt Insta äh Mikey wer ist Mikey aus einem Stream ach so gestern auch wieder bei mir zugeguckt das ist ein cooler Hund auf jeden Fall cool auch noch auf jeden Fall den nicht hief ich hab dir ja flaschen oh da muss Jörg gleich schreiben dass wir noch streamen die letzten beiden Streams hat er nämlich verpasst und war beleidigt wo ist meine Wache da ist meine Wache auf der Maus zuzuschlagen ist echt das Beste was man machen kann Kopfschützverteilt ist das Beste was man machen kann Kopfschützverteilt ist das Beste was man machen kann ne das kann ich ja nicht ne ich aber ne ich aber ich kann einfach auf die Gegner zugeschehen ich kann einfach auf die Gegner zugeschehen ja noch wieder bei ich weiß gar nicht wo ihr seid ich weiß gar nicht wo ihr seid Gott eh die Kinder gefunden Oroh über Alk Warte 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 Alkohol ist mein Sanität in der Not oh mein Gott dein Schild vergisst dies Gott kennst du das nicht? mäh das ist von Herbert Grönemeyer Alter na das kann ich nicht Gibt's ja ein schwarzes Brett oder sowas der sinkt Alkohol ist mein Sanität in der Not Alkohol ist mein Falschung und mein Rettungsboot ich kenn nur den Tod in der Bahn den hab ich übrigens auf meinem Computer ich hab ihn ich hab ihn auch auf meinen Computer gezogen Anzeige nachdem Freddy meinte das ist voller Scheiße hab ich ihn sofort auf meinen Computer gezogen ich auch was für den Scheiß Herr oh Gott wenn ich das noch wüsste dann wüsst du so ne Sache mehr ja wo ich glaub irgend so ne Kim oder so die ich mal von dir kannte hat mir das dann mal geschickt und gesagt von mir? ja ich weiß nicht woher du die kanntest aus der Schule oder so oder so ich weiß nicht genau was? ich kannte mal ne Kim ich ja auf jeden Fall war es also irgendwie kannte ich die Person von dir oder so das ist schon richtig lang her ja und dann hat die mir das geschickt und die hat gesagt ich soll es auf keinen Fall hochladen was macht Freddy als erstes hochladen war das vielleicht noch aus ähm switch in Zeiten ne ne das war die kam hier aus der Gegend also also jetzt nicht direkt dann war das ja pscht was hast du gerade gesagt hä? was hast du welcher Umkreis? ja der der Umkreis aus Zelle oh Freddy ich hab grad zweimal drauf hingewiesen ja und soll ich nicht die genauen Ortsage Umkreis Zelle ist groß Gott ey Kishi hast du eigentlich noch gecuttert in deinem Stream ich hab den Stream ich werd den nicht veröffentlichen das ist mir zu aufwändig okay Kishi hat nämlich Kishi hat nämlich einmal den genauen Standort gesagt ich weiß hab ich mir gesagt oh ja oh oh ist das nur hier Eddie? ist richtig dick so ein bisschen was wie Eddie ne? heavy fire oh mein Gott ja 1300 Pfund wow holy shit wie viel ist ein Pfund ein halbes Kilo? äh ja ein Pfund ist ein halbes Kilo die wiegt einfach mal fast 600 700 Kilo alter ist das ekelhaft ist doch geil da weiß man gar nicht wo man gerade reinfickt ob man jetzt in der Moschee ist im Arsch oder einfach nur zwischen zwei Fettritzen oder so ok wir können jetzt aussehen wie die rausgehen oder B das noch klären weint wir klären es also noch pum 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 oh das ist ein Medikit Alkohol den braucht man auch in diese 1300 Pfund oh ach quatsch kein Alkohol der Welt hilft da nicht mal Absinth pur schon mal Absinth getrunken? hm? schon mal Absinth getrunken? das fragst du mich? direkt gestorben? ja fragte dich Kishi hast du schon mal Absinth getrunken? äh ich hab irgendwas äh Absinth ähnliches getrunken mit auch ziemlich vielen Prozenten Uso was ich von dir gekriegt habe Uso Ratzenputz nein das war Ratzenputz das hat nichts mit Absinth zu tun man das hat nur 58% achso aber das hab ich immer hab ich das Po getrunken gehabt? nein das hast du mit Cola gemischt mir in ne halbehalt mischen nein das hat der Po getrunken als wir gegangen sind äh und dann kurz was geholt haben ja? ja da hat er einen kurzen Po getrunken und ist dann komplett zusammen umgeklebt verständlich ich war da schon am Arsch ich war da schon übertrieben ja und ich mein das hat ja nicht mal viele Prozente nur 58 ja ist ja nicht so viel aber schmeckt scheiße ähm Kishi Absinth 86 ich muss mal Absinth pur nein nein Kishi kommt von den Ideen ab nein den deutschen Absinth brauchst du nicht trinken er schmeckt nicht ist doch egal aus welchem Land er kommt nein mein Kursor 86 Prozent ist es egal nach dem ersten Schluck zumindest nicht bei den Kosten oh mein Kursor hat mal originalen aus äh wie heißt die Insel wo denn wie heißt die Insel wo denn nein wo wurde scheiß gebraut ähm für irgendeine Insel Party Insel Party Insel Nee Party Insel Nee Party Insel nicht Richen Digga Insel das reicht jetzt nicht äh 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 Mallorca nee irgendwo mit Tee 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 Titten Taiwan 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 ist keine Insel Freddy du bist keine Insel Taylor Smith ist auch keine Insel hat zwar zwei Inseln aber er hat kein Tee Tee Crow ich weiß es nicht mehr wie schmeckt dir das ich weiß es nicht mehr Thailand ist ne Halbinsel was Thailand das ist sogar ne das ist schon viel zu nah am Ziel dran ich wollte vollkommen daneben liegen Thailand müsste ne Halbinsel sein wenn mich nicht alles täuscht Kishi ist ne Halbinsel nein Kishi ist gar keine Insel ich bin tot ich wollte es auch krass machen das wir haben Qual man kommt hier einfach nicht wieder raus warte kommst du am äh also ich bin im Landesinnere wieder rein also ich bin auch ins Wasser gefallen ups Dankeschön Kishi was meinst du passiert wenn ich zu weit rausgehe äh stirbst du oder wirst gefressen ich wollte uns geile so wie ein Spore ein Spore wird mir auch gefressen ja ich hab auch auf ein Spore let's play oder ein Spore stream oder sowas mach halt ne warum nicht ich hab Bock wat ok lass dann wieder abhauen hier gibt es nichts mehr bin doch schon weg ich bin hier aber nicht ja ich bin hier hinter dir ich fliege oben über euch wie schon zu Lebzeiten das Zitat erkennt man von Crow ja ja von der die das Crow oh das erinnert mich an MMM Zeiten wo wir in das tolle Dorf von den tollen Mitspielern gegangen sind oder überall Zitat hin geklatscht haben aber Kishi gleich dabei echt nicht ne ok ich glaub nicht also Kishi war auf jeden Fall nicht mit uns da aber er war wir sind äh zu äh 3 Jahre und so gegangen und haben da Alligator ähm Zitat überall hinten geklatscht ja ne can't remember ne da warst du nicht dabei da warst du lau ich glaub das war grad so wie die Phase wo du keinen Bock auf Michael hast oder wo du keine Zeit hattest da hat er sich nicht mal die Folgen angeguckt also sie ne ich guck sie ja und so wie sie auch nicht von dir schlecht er hasst unsere Videos wir haben eine vor allem ne aber Crow's ja einfach mal grundlos mit Crow anfeinden so wie Ali Ali Gata was macht geht immer ja bist du alleine im Zoo und bin ich verkleidet als Crow na das ist keine Anfeindung er hat Kostüme für alles realmittel verdeckt Dich proben Test die Leute finden es nicht so korrekt also ich bin schon im Bestbefall zum Treffen nach Toilette ruf ok der ist tatsächlich Auspassung ist ein gut das ist nein nein nicht genau hier gibt es eine Portstation das heißt wir können es irgendwo hinporten cool Counter-Strike Spieler sind geistig behindert wo müssen wir hin ist das jemand ich hab keine Ahnung ich kann nachgucken äh nein das liegt hier vor Mensch auf L geht das nice äh nach äh als Scrapyard nice als Scrapyard L wie Lendengegend äh L wie La Croix ja das heißt La Croix das ist französisch für La Croix ist das abgestoß bei einem von euch? oh mein Gott dieses alien kackenschwarzen Ding das hat Krom der hat mich zweimal niedergestochen Moment ich möchte mal kurz auf die Aussage von Freddy eingehen Lutschen ist französisch für La Croix nein La Croix ist französisch für La Croix oh Checkmate du wirst diese Zeit aber du hast nur das Spiel verloren okay ich hab das Spiel verloren ich glaub keiner hat Ahnung von dem ich rede oder? okay ähm also meine Freundin ist ja im Kirchenkreis oder sowas und die haben da irgendwie so ein Spiel das heißt das Spiel und wenn man über das Spiel denkt hat man das Spiel verloren also das heißt wenn ich jetzt sage ich hab das Spiel verloren habt ihr es wahrscheinlich auch automatisch verloren weil ihr dran gedacht habt achso du redest von du redest gerade von demselben The Game wie ich okay immer wenn man daran denkt hat man verloren ne ja genau das ist The Game und gewinnen kann man nur wenn die Queen zu gibt verloren zu haben oder so ne Scheiße gewinnen kannst du das Spiel nicht also zumindest ist es sich im englischen Original Hallo du kannst es nur verlieren ich kenn's nicht ich kenne nur so danke für den Fusel bla 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 nice das Fragment 117.000 nice Chrom getötet und Ulverboff ist zu essen moin du bist in das Gagfleisch und Chrom's Canyon wir müssen wieder raus gg g-Punkt g-Punkt ja darf ich den bei dir fänden jetzt nicht haha Direktflucht fuck die ist zu schnell die bitch Pisse steril und geschmackvoll wo wir sind wir stellen mir das immer viel zu bildlich vor Crom's Canyon da waren wir noch nicht crow's canyon der kirche groß ist französisch für französisch ist alles das heißt es als dasselbe nur halt auch den französisch für die keinen richtigen sprache können das heißt das kann man nicht mehr als franzosen keine richtigen menschen hast du schon mal ihre sprache angehört ja das ist keine richtige das sind keine richtige menschen wohl nur kuschelt was das war und das was es war es kommt nichts das heißt wo die wirklich erwecken war es war es war heißt irgendwie bitte oder so oder diese nacht keine ahnung es ist war das heißt es war noch mal angeben und hat geklackt um ein guter müssen wir ganz oben er muss noch nicht helfen da gibt es eine quest von jena piers ich glaube fünf minuten das ist nach um vier minuten neuhafen kennst du auch oldhaven freddy nein ähm tales of waterlands hab ich nicht gespielt ich hab's geguckt let's play es funk hat's heute gestreamt war ich euch halt hinterher also ich werde langsam wirklich müde geil das heißt du brauchst mal alkohol Apfelsaft sorry das heißt wohl ich werde gleich pennen gehen weil ich morgen um neuner aufstehen muss was für um neuner aufstehen alter du bist krank du hast dich auszuschlafen ne morgen frühes frühstück bei meiner mama deine mama wird das ja wohl verstehen können oder ja aber meine oma ist da und ich werde meine oma sehen ähm dashabäschel doch vorsichtig parken äh medal of nowhere überprüfung einer meiner lieblings äh orte um zu tanken schon seit kommenden zu fahren gut mädchen kars neue missionen äh am schwarzen brett auch noch hoi oah 69 kishi warum parkst du denn so vermisst du person suche in newhaven nach hinweisen nach in newhaven das können wir sogar machen cool das heißt wir müssen nach ganz hinten auf geht's totes kommando Totenkopfwässer ist meinst du Gott Kishi mein Auto ist übrigens das untere nur damit dir das mal äh vor Augen geführt wird da brauchst du nur noch logisch schließen schließen ich schreibe nämlich nicht mit fremder Autos ein logische Schlüsse ziehen schieß mal an äh wie geht es äh nein ich wollte nicht einsteigen geht er raus ich schiebe euch beide an warte ich steig gerade aus äh v mach das untere weg ja holy fucking so wo müssen wir hin ich hab Gott merken ich hab Diabetes aus Kishi ganze Boost falsch aufgebraucht ja holy der sah der sah ziemlich gut aus war aber so nicht geplant ach wirklich einmal möchte ich mein Auto einfach so stehen lassen und es dann nicht komplett versprengt und beim Arsch der Welt finden ein einziges Mal will ich das da ein einziges Mal aus diesem Auto aussteigen und dass es nicht irgendwie an der Wand klebt und die totes sind 2.000 Hälfte erschossen wird einmal möchte ich das einfach nur da stehen bleibt und nichts damit passiert Freddy es gab ja diesmal schon einen so einen Vorfall dieses eine einzige Mal ist schon abgehakt ach wenn du dich noch erinnerst dieses eine einzige Mal gab es schon ist das? ich nehme einfach dein Auto so ok ich nehme einfach dein Auto also du musst einfach jetzt da nur hinfahren und die koste abgeben nice äh Crumbs Canyon Rust Common East ne das machen wir als nächstes das heißt Crumbs Common ich guck mal wie lange wir nach Hause haben ich denke der dürfte der Pater bist du tot? ja dann möchten wir reden äh ne ich hab nur zu Ende durchgelesen äh wir haben noch 16 Sekunden Zeit das heißt ich würde sagen wir beenden uns ja schnell den Part ich hoffe was hat die Falle Leute bis zum nächsten Mal hau drinnen schau was? wir geben einfach noch schnell die Quest ab wir haben die abgegeben oh ok ah ja dann bist du nächstes Mal mit hau drinnen tschau tschüss noch